In diesem Video habe ich den verbuggtesten Solo-Cash-Up gespielt, den ich je gesehen habe. Der Cup hat über eine Stunde lang nicht funktioniert und es konnten wirklich nur ein paar Spieler Games finden. Ich konnte zum Beispiel keins finden, doch circa 40 Minuten vor Ende konnte man dann endlich Games finden. Und das komische war, der Cup wurde einfach nicht verlängert. Und ob ich es geschafft habe, mich in so einer kurzen Zeit für diesen Solo-Cash-Up zu quallen, werdet ihr in diesem Video sehen. Und falls ich mich gequallt habe, seht ihr direkt im Anschluss auch das Finale. Wenn ihr solche Cups mal live sehen wollt, checkt da meinen Twitch-Kanal aus. Link dazu ist in der Beschreibung. Handwirt? Die Fuck-Out, Junge! Hab gebrochen. Ah, der ist ass, Chat. Der ist ass. Da hab ich bis jetzt schon mal. Oh, Crack! Oh, das riecht mir nach einem Punkt, Chat! Ah! Das riecht mir nach einem Punkt. Ja, Junge! Ja, ja, ja! Fuck-Out, Junge! Ja, wow. Ja, bro. Kann ich schon wieder... Was ist das für eine Scheiße? Ich kann nicht editen mit meiner Hand, Digga! Ich... Es tut so weh die ganze Zeit. Ich kann nicht spielen so. Ich höre, ich bin mit diesem Ding viel schlechter, ne? Ich mach's hier. Okay. W... Ws? 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 Wuh! 100, dead, get f**k out! Let's wait to get out chat! Out! Oh mein Gott! Mach mal die W rein! Für ein Recoil! Wenn wir auch Feind stattfinden! Lass mich! Punkt, Punkt, Punkt! Dann! F**k! 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 Das sieht gut aus chat! Meine Hand tut grad richtig weh, ich sag ehrlich, ich hab grad richtige Schmerzen! Mahlzeit! Guten Morgen! Pia! Piecing? 100? Get f**k out! Hä? Wir sterben noch! Unquoit! Knowskin, du hackst bestimmt! Ja warte, der hackt, der hackt! Das ist ein Freakle! Komm, nein, nein, nein! Tötet ihn nicht! Lass ihn zu mir laufen! Da hab ich loot! Ja komm! Komm, gar kein Problem, Bo! Komm! Komm zu Papa! Alles gut! Ich... Um... Umso näher, umso besser! Ich muss ein bisschen überleben, aber dann down gehen! Und genau bei mir! Ja! 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 Lauf, lauf, lauf! Ja, jetzt! Und jetzt! Langsam sprain! Ja! Und jetzt ran! Genau! Was haben wir? Wift Medkit! Was machen wir das? Oh mein Gott! Ihn hätte ich jetzt nehmen sollen eigentlich! In the sky! Was geht meine Brass, Alter! Und jetzt, Jungs! Unten sterben! Unten sterben! Geht alle down! Macht es! Tut nicht so, als werdet ihr, ne? W-Kid! Aber mich nicht! Okay, warte! Okay, left! Und reinsteinen! Perfekt! 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 orfmmd Oh, egal. Ja. Und wir drehen uns im Kreis. Und alle zusammen. Im Kreis. Wir drehen uns im Kreis. Wir gehen nicht auf High, weil wir sind schlau. Right side. Ist smart. Box. Nein. Boxing. Okay, okay, okay. Ich bin warm. Der Motor ist warm gelaufen. Ich hole nichts. Ich hole nichts. Ich mach das jetzt. Heute ist der Tag gekommen. Ihr seid alle ass. Ich bin besser. First round. BD and last long. I lost. Okay, okay. Ich bin ein Schmachman. Z-Shot, Z-Shot, Z-Shot. Boxing. Wall. 100. Bäng. Oh, mein Gott! Oha. Hier will ich nicht sein. Bin low, das ist nicht gut. Edit. Double-edit. Pop-9. Irgendwie fast, irgendwie. Oder so. Komm doch! Handt du damit! Man! Nein! Oh. Alter. Ja. Handt wird. Keep spraying, keep spraying, keep spraying. Jaaaa! Oh nein, ich hab Angst. Augen zu durch. Flieg! Flieg! Oh, meine Hand! Oh mein Gott. Oh. Oh. Muss ein Reflash machen, doch wenn ich das nicht. Oh, muss er whiffed! Oh. Oh, dass du kannst. Oh, das ist ja das einfach. Oh. 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 Oh, das ist ja auch. Oh, das ist ja eine Schwerte. Oh, das ist ja auch. Oh, das ist ja auch. mit meiner ja muss erst noch nein nein bist ich dann tierig oh mein Gott oh mein Gott das ist Spaß wo das Freunde sein ist gut wie herum jetzt unter Wasser bin ich in den Aquarium oh ne weiße unter Wasser sounds oh Gott egal das ist jetzt ja richtig arsch hier 100 dead get the fuck out jump head damit tu ich high ich hab ein Play nein nein flipp doch nicht der ich mach doch ich schau doch da hin dicker was machst du mrt im Playstation spieler ach dicker man für nix glaubt in meinem leben leise hat ne Waffe handwirt Ja, fucking go mate, get the fuck out Dead Danke boh Der boltet auf, geh weg Ah, 10 AP Minus. Berghof. Oh nein, ist er dumm. Nein. Unterwand, ist ein kleiner Bastard. Flieg. Nein. Geh auf. Auf, 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 auf. Wow. Keine Ahnung. Nein. Ich hätte behindert. Augen zu. Augen zu, Chat. Alles gut. Oh mein Gott, war das peinlich. Hoffentlich schaut mir niemand zu. Alles gut. Och man, ich habe mich selbst gegrievt. Egal. Ja. Ja, ich... Was? Mach ich da jetzt schon wieder? Oh Scheiße. Ja. 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 Oh Gott! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte ihm, close! Edit! Nein, Digga! Oh Mann! Zum Ende muss man sagen, war ein bisschen unlucky. In diesem Cup hätte ich safe meine ersten Earnings holen können. Aber sollte leider nicht so sein. Und am Ende vergesst nicht, falls euch dieses Video gefallen hat, hier einen Daumen nach oben dazu lasst. Und auch sehr gerne diesen Kanal hier zu abonnieren. Und tragt auch sehr gerne den Quella Kukama im Item Shop an. Merkt sofort. Aber jetzt will ich sagen, bis zum nächsten Video. Hot da rein, Jungs. Und tschau tschau.